Jörn, was sagst du zum Zustand hier in Hagen-Haspe? Willkommen in der Rubrik, der Klotz schimpft. Das geht gar nicht. Könntest du da mal bitte ranzoomen? Katastrophal. Wo ist dieses Fugenmaterial, was da reingehört? Ich sehe es nicht. Seht ihr es, meine Freunde? Kein Anzeichen. Da drüben genau derselbe Scheiß. Da auch derselbe Scheiß. Alles rau, keine Farbe. Hier muss ein bisschen Farbe drauf. Damit er auch viel freundlicher. Cooping rendet auch nicht, wenn keine Farbe drauf ist. Achtung. Beide. Oh, das war das, was du. Pflanz! 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 2.0 2.0 2.0 9.0 9.0 Schöpfen Das war's für heute. 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 Das war's für heute.